Sechs, äh, sieben? Äh, ja, jetzt auch nicht. Fabrollen, Alter. So, schön hier Fabrollen überall. Oh, nochmal. Hä? Oh, nicht Udo, Alter. Ich hab Urlaub, Alter, wirklich. Ja? Du, ich bin grad wirklich beschäftigt, Alter. Du, ich bin grad wirklich beschäftigt, Alter. Was? Es gibt ne neue Battlefield-Map? Was zock ich eigentlich ganz gerne? Da bin ich ehrlich. Wake Island, die ist doch schon so uralt, oder nicht? Reden wir vom gleichen Battlefield, oder was? Da ist jetzt Wake Island dabei, oder was? Udo, ich hab Urlaub. Wie soll ich das jetzt machen? Ich hab hier wirklich gerade echt ein Problem. Ja, ich guck mir das mal an. Mein Gott, nochmal. Gut. Das muss jetzt hier alles mal kurz weg. Die Halbrolle ist nur noch halb voll. Aber gut, dass ich immer ne Ersatzfab-Rolle dabei hab. Jo, das ist Wake Island. Die ist jetzt verfügbar. Ja, ist ja unnormal belohnt, Alter. Aber wenn wir schon Battlefield spielen, dann muss ich mich auch irgendwie vorbereiten, weil ich... Ich will mein schönes Hausflipperhemdchen nicht kaputt machen. Weißt du, wie ich mein? Alter, ich pimp dein Battlefield. So, Sitzpass wackelt und hat Luft. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Map jetzt an, oder was? Einer der legendärsten Karten kehrt besser denn je zurück. Und ich soll die jetzt bewerten, weil ich ja, äh... Ja, Architekt, Innenarchitekt... Meine Haare in der Fresse. Dann würde ich sagen, ich bin's, euer Kalle Koschinski und ich pimp dein Battlefield, Alter. Oh, ich kann mich ja direkt auswählen, Alter. Ist ja unnormal belohnt, gell? Ihr wisst es vielleicht nicht, aber hobbymäßig ist euer Kalle Koschinski ein riesen FPS-Fan, Alter. Deswegen werden wir jetzt hier auf jeden Fall mal... Ein paar Leute wegballern, oder was? So, das ist jetzt die Map. Ehre. Ich möchte hier gerne auf die Landungsbrücken. Ich würde gerne mit dem Auto ran, äh, mit dem Boot. Guck mal hier, dicker Panzer und so. Ja. Kommt in die Geile, Alter! Ja, beruhig dich doch mal. Ey, yo, Captain Jack. Ey, yo, Captain Jack. Bring me back to the Railroad Track. Bring me back to the Railroad Track. Ja, sieht ein bisschen anders aus als im ersten Battlefield, Alter. So, wir wollen das uns auch mal hier inspizieren. Wir müssen jetzt hier eine Probe nehmen. So, lass mich mal raus hier aus dem Land. Tschüss. Ich habe jetzt hier meine eigene Mission. Oh, hier wird schon geknattert. Ach, Leute, Urlaub ist was Schönes. Ist ja auch eine schöne Urlaubsinsel. Den haben wir uns gesnackeronit. Oh, hier ist aber eine dicke Wumme. Ach, schicke Häuser. Ja, ja, ja. Den haben wir gesnackt. Den haben wir auch. Killing Spree. Ah, ah, oh mein Gott, was ist denn geknallt? Alter, wie wir die Leute hier wegholen. Ist ja unnormal belohnt. Wuhu. Oh, das knallt. Oh, das Ding gedreht. In die andere Richtung. So, Ziel ist erobert. Junge, du musst auch dich mal umdrehen, sonst hast du auch verloren. Schön hier auch mit den Betten und so. Also hier hätte ich auf jeden Fall noch eine Fab-Rolle hingepackt. Ich sage es nochmal. EA, wenn ihr das seht. So was fehlt da, wirklich. So, wir stehen jetzt auch schon 5-0 nach einer Minute. Ah, das hat sich aber auch direkt wieder erledigt. Ey, schade. Life is life. Na, 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 na. Ah. Oh, jetzt sieht man aber nochmal die Maps so im Overview. Finde ich eigentlich ganz nice. So, hier sind wieder die Ephibien-Panzer. Was ist denn eigentlich mit dem Boot hier? Ah, das kann man auch fahren. Guck mal. Yo. Landungs-äh, Fahrzeug-Dingsbums. Hier alle. Die Truppen. Die gehen da jetzt an, äh, an den Beach. Gön, 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 gön. Hier passen auch einige rein. Das ist ganz geil. Können wir theoretisch auch mit so zwei Trupps rein, wa? Guck mal, die spawnen sogar hier drin. Oh, nochmal. Wir werden jetzt hier gleich landen. Never back down, Anna. Da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich schön landen. Nicht abspringen. Oh, Mensch. Er war doch noch so jung. Wir sind jetzt gelandet. Aussteigen. Oh. Raus, 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 raus. Scheiße. Aua. Fuck. Oh. Von hinten. Guck mal, wie der das so liegt. Das... Oh, shit. Der sitzt da oben im Gebüsch. Äh, oder nee, oder was? Ich will den holen. Ich will den holen. Ich will den holen. Ich will den holen. Ich bin... Tu das... Note. Ich drück dir eine. Okay. Er sagt so, yo, läuft. Oh, du dich jetzt tot. Ja, ich weiß. Ich hab dir... Ich hab dir auch nur die Hand gehalten, eigentlich. Ich hab ihn gar nicht getroffen. Ach so. Wo? Wo? Seht euch das an. Gefährlich, oder? Alter, der ist so gut gezahnt an dem Gebüsch. Ich will den... Er ist tot. Aber das war nicht meine Schuld. Oh, da kommt Panzer. Den wollen wir nicht... Den wollen wir nicht verärgern. Aber kann ich mich hier gut hinter... Oh, da kommt noch ein paar Tage. Oh, no, no, no. Lass mich mal hier vorbei. Oh, shit, 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 shit. Den Solid Snake. Wie immer. Scheiße! Scheiße! Helmst du jetzt! Fuck! Bruder! Hallo! Ist hier jemand? Ich hab mich verlaufen! Granada! Oh! Wer ist los? Den haben wir! Ehre! Ich bin der Kalle Kuschinski und ich falle übers Feld. Der Kalle Kuschinski, euer neuer Held. Der Kalle Kuschinski, der ist ein toller Mann. Oh, shit. Gönnen. Spritze. Oh. Die warten auch immer, bis man da hingeht, um den dann irgendwie zu snacken, zu reviven. Oh, ja. Au, 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 au. Ah, daneben. Gönnen mir die Pack. Was? Von hinten? Sniper. Oh, ich könnte auch mal einen Sniper nehmen. Ja, danke. Ich nehme auch nochmal so ein Boot. Gönnt. Ihr könnt hier rein spawnen. Ich fahr euch da hin. Alles im Lode auf dem Boot. Alles im Boot auf dem Koda. Das Gute ist, dass hier wirklich gutes Wetter ist. Ist wirklich idyllisch. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt auf A. Wie Abracadabra, Junge. In den S geschossen. Richtig Hinterhalt. Wo ist der denn? Hinter mir. Das Flugzeug? Oh, der holt mich hoch. Ehre. Au, 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 au. Man sieht das halt nicht, weil die so gut getarnt sind in den Büschen. Ah, shit. Da, ey. Aber in den Kopf, du. Geh, du Messert. Ich habe hier Messert. Gib mir dein Dockcheck, aller. Der Propeller dreht sich noch. Junge, du bist kaputt. Ist dir das klar? Ja? Gut. Oh, Junge. Da ist jemand richtig abgemurkst worden. Da oben. Ja. So, wir switchen wieder auf Sunny. Und dann geht's los. Jetzt sieht man natürlich auch die Entwicklung der Häuser. Die haben jetzt schon fast nur noch Holz. Die anderen hatten noch so Strohdauch. Das haben sie hier unten ausgelegt. Ein bisschen, ja, so Macken. Hier, alte Geräte. Ich glaube, das ist so ein Morse-Zeichen-Telefon. Weißt du, wie ich meine? Eine Schreibmaschine. Da werden wir alles schön festhalten für die History. Da ist eine Tonne. Noch so eine kleine Kaserne hier. Was haben wir hier? Ja, schöne Baracken. Schön auch zum Saubermachen. Eine Axt. Klasse. Stellt euch mal vor, es wäre kein Krieg. Dann könnte man jetzt hier rausgehen. Du pennst hier so. Du denkst dir so, oh, schön. Du kommst hier so raus und siehst dieses azurblaue Meer. Du gehst hier so raus und denkst, oh, ein bisschen planschen jetzt. Da hat es gerade gescheppert. Schön. Guck mal, wie das hier aussieht. Richtig schön. Das ist doch perfektes Schnorchelwasser. Gut. Jetzt ist hier gerade so ein bisschen rambazamba. Aber sonst, vielleicht guckt er ja mal vorbei. So, jetzt langsam. Komm, irgendwie fahren zu. Den haben wir. Was? Also, der macht einfach Dauerfeuer und erwischt mich directly. Hol ihn dir ab. Gönn. Oh nein, er ist tot. Was machen wir denn jetzt? Oh, er holt uns. Klasse. Das sind Gegner. Die sind überall. Links, rechts, hinter mir. Guck mal, kannst du dir auch so ein Speedboat nehmen, Alter. Wie in Miami. Weiß. Und dann gibst du richtig Gummi. So, und dann hier an die Landungsrücken und dann abspringen. Go, go, go. Fuck, fuck, fuck. Holt mich mal einer hoch? Ich bin Kalle Kuschinski. Man kennt mich. Ich pimpe doch immer die Häuser mit den Fabrollen. I believe. Gönn, du schaffst es, du schaffst es. Oh mein Gott. Er, in den letzten Momenten hat er mich gekriegt. Ehre. Oh, shit. Da hätte ich Kimme und Korn nehmen sollen. Wo, wo, wo? Hier knallt es überall. Komm, B haben wir gleich. Es ist um Kämpf, aber wir schaffen es. Gönn, B. Alter, hier knallt es überall. Alter, jetzt fängt es an zu regnen. Unnormal. Ich muss durch den Monsoon hinter die Welt. Ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Gegen den Sturm am Abbrunnen lang. Und wenn ich nicht mehr kann, glaubst du daran. Ich hau dir ein in die Rüstung heute, Mann. Zuck sie, du bist down und bleibst down, Mann. Durch den Monsoon. Und noch einen abgekriegt. Kopftreffer, Alter. Ich sehe auch einen Scheiß gerade, Bruder. Ja, ja. Hab ihn. Ja, ja, ja. Alter, jetzt wieder Killing Spree. Killing Spree. Ich bin Kale Koschinski und ich bin on fire, Alter. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich bin Kale Koschinski und ich rette deinen Ass. Und ich pipp dein Leben, Alter. Den haben wir auch von der Seite. Der stand direkt neben mir. Unnormal. Da ist doch was durch. Man sieht ihn dann halt irgendwann nicht mehr, weil er so gut getan ist. Ah, den hat er. Oh, was haben wir hier? Flugzeuge? Jö, 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 jö. Gön. Zieh hoch, Junge. Oh, 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 oh. Ja. Oh, weia. Oh, mein Gott. Es dreht sich alles. Oh, mein Gott. Zieh. Oh, oh, normal. Ich bin jetzt kein Flugexperte. Oh, 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 oh. Absolutely nothing, Alter. Tut das nicht! Wir haben gewonnen! Yeah! So, Leute. Also. Falls ihr Bock auf Battlefield 5 habt und die neue Map Wake Island spielen wollt, dann schaut mal in die Beschreibung. In dem Sinne. Ich bin jetzt euer Karte, Tude Kalle Koschinski. Und ich pipp dein Battlefield, Alter. So. Bis zum nächsten Mal.